Ja, willkommen zurück. Im letzten Part haben wir schon ein bisschen was aufgeräumt. Ich hoffe, das wird jetzt quasi gespeichert. Und nicht, dass wir wieder neu gesponsen oder so. Das wäre jetzt nicht so geil. Okay. Okay, hier schleichen wir mal wieder. Wenn ich mich dahinter so ein bisschen verstecke. Okay, den da vorne möchte ich auf jeden Fall noch ausschalten. Das sollte man auch hinbekommen. Da ist noch einer auf dem Dach. Du kannst natürlich leicht entdecken, da oben. Da ist niemand. Auch so ein bisschen nicht, dass noch einer von hinten kommt. Das ist dann ganz ungeschön. So, ich würde gerne dort, wo er jetzt gerade war, hingehen. Hinter diesem Betongedöns verstecken. Ja, genau so. Jetzt kommen sie zurück. Er sollte uns hier nicht erkennen können. Wenn doch, haben wir ein Problem. Er kann uns nicht entdecken. Gut. Weil sowas kann auch immer sein, dass so ein Bug ist. Und dann kann er uns plötzlich sehen. Das ist dann sehr unschön. Oh ja, der sieht doch freundlich aus. So, dann gehen wir hier rüber. Und wir müssen so ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir hier langsam rangehen. Und dann. So, unsere Axthammer wohl nicht mehr. Die haben wir leider quasi jetzt verschenkt. Und ich glaube, so ein bisschen Gehirnsuppe auch. Aber gut, jetzt im Endeffekt. Ihh, tut er sich das wirklich in so eine Spritze rein? Naja. Ja. Im Endeffekt, glaube ich, passt das schon mal. Er sieht mehr oder weniger frei aus. Der passt ja oben auf dem Dach. Aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Deswegen lassen wir den erstmal da. Okay. Ich glaube, wir können hier mal wieder unser Signal checken. Okay. Okay, das sind wieder die. Ups. Geh. Wir hatten ja da hinten diese Frequenzen. Ich glaube, wir gehen da mal hin. Hier ist der Supermarkt. Vielleicht können wir da Waffen kaufen. Ich dachte gerade, hier wäre irgendwas hinter uns. Ah, nee. Die Suppe ist sogar noch da. Wie praktisch. Ich glaube, der eine ist verbrannt. Kann das sein. Und hier haben wir jetzt auch... Uh, das Schießpulver. Ah, das nehmen wir natürlich alles mit. Daraus können wir uns Munition... Ah. Ah, hier geht es auch noch rein. Kann man die... Ja, kann man. Sehr gut. Ist da was drin? Ich glaube, passt nicht. Ist da ein bisschen schade. Doch, da ist was drin. Waffenteile. Hallo. Nehmen. Ja, danke. Na, wenigstens das. Ein paar Waffenteile. Ich denke immer, das wären hier irgendwelche Leute. Okay, wir müssen hier diese Dinger zerstören. Da sind zum Teil gute Sachen rum. Ach, jetzt haben wir auch wieder die Axt. Okay. Ja, ja. Nimm das Schießpulver. So, gut. Okay, wir haben sogar noch die Axt. Von dem her, kein Problem. Vorne haben wir noch grüne Suppe. Die nehmen wir auch noch ganz kurz mit. Na, okay. Also langsam wird's. Wie gesagt, ich muss erst so ein bisschen reinfinden. Es geht nicht immer alles gleich von Anfang an. Aber... Erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Jetzt einstellen. Und dann... Wir sind abgeschnitten. Doch warum? Ich hoffe einen Alpha-1-Notfall aus. Du kennst das Protokoll. Alpha-1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Wir sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen. Gilt hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Zwits sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein- und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was aber immer. Offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Das Problem ist, wenn wir denen begegnen, die bringen uns sofort unglaublich. Okay, das ist jetzt die Karte. Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl andere nicht gewonnen. Aber Waffen sind nützlich. Da ist die Frequenz. Okay, das ist die Mädchenstimme. Haben wir hier nicht noch mehr Frequenzen? So, nochmal gucken. Frequenzen, Frequenzen, Frequenzen. Ne, scheinbar nur noch die. Dann müssen wir so in die Richtung. Gut, dann gehen wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Dann geht es vielleicht auch mal voran. Auch ein neuer Speicherpunkt wird mir nicht unbedingt schaden. Ach verdammt, wir hätten speichern können wahrscheinlich. Bei unserer Kaffeepause, das habe ich leider vergessen. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran. Vielleicht hat er auch irgendwie automatisch gespeichert. Ich weiß nicht. Vielleicht. Hier ist ein Zug und da ist... ...noch irgendwas auf dem Boden. Aha, was ist das? Nägel. Oje, was finden wir alles? Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Sehr gut, wie viele Komponenten gibt es denn noch? Wir gehen mal rein in den Zug, auch wenn es... Oh, wir gehen doch nicht rein in den Zug. Es war so klar. Jawohl, den haben wir gut ausgeschalten. Gut, der hat auch keinen Kopf mehr, dann stehen sie auch nicht nochmal auf. Also wenn der Kopf ganz weg ist, dann... ...können auch die nichts mehr machen. Schade, der hat keine Gehirnsuppe dabei. Also, dass da irgendwas passiert, war klar. Ich schleiche den nochmal weiter. Okay, der hat sich hier gemütlich gemacht im Zug, mit so einer kleinen Blutspur. Hier kann halt... Einer von den Leichen kann jederzeit nochmal aufstehen. Ich wiege mich hier nicht in Sicherheit. Auch hier haben wir nochmal eine Kamera. Auch das scheint wirklich so ein... ...Symbol hier in dem Spiel zu sein. Und das blinkt also blau. Erstmal untersuchen. Ich sehe auch gerade sehr wenig. Tasche verbessert. Tasche für Pistolenmunition. Oh, sehr gut. Wir haben jetzt hier bei dem was gefunden. Und zwar eine Tasche für Pistolenmunition. Also gut, dass wir hier erkunden. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Und das müssen wir auch wirklich machen. Und hier sehe ich gerade, hier ist ein Draht. Ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht, wie man ihn entschärft. So schon mal nicht. Dafür kommt ja jetzt einer. Oh, nachladen. In Slow-Mo. Sehr cool. Ich weiß nicht, warum das gerade in Slow-Mo ist. Wir haben ihm in den Arm geschossen. Haben wir das jetzt auf Band? Können wir das jetzt anschauen in der Kamera? Und ich zapfe natürlich noch ein bisschen grünes Gel ab. Ah, jetzt haben wir schon ein bisschen was gesammelt. Das ist ganz gut. Ne, schade. Ich würde das gerne nochmal anschauen. Das sah bestimmt episch aus. Super episch. So. Moment, wir laden gerade nochmal neu. Na gut, wir haben nur noch drei Schuss auf Lager. Ah, die Munition ist so knapp hier. Hier kommen wir nicht raus. Da geht es auch nicht weiter. Da kommen wir auch nicht raus. Wir sind im Prinzip hier jetzt in einer Sackgasse gelandet. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier in den Zug zu schauen. Und hier haben wir wieder irgendein Signal. Ah, da vorne ist noch was. Was ist das? Erfassen. Pistolenmunition. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das dann funktioniert. Ist das jetzt wie so eine Kartenmarkierung? Man muss sich das immer aktiv halten, weil wir hatten ja da schon mal welche, aber die sind nicht mehr da. Na gut, die ganze Zeit aktiv halten kann ja eigentlich auch nicht sein. Okay, hier kommen wir auch rein. Ein neues Tutorial wurde hinzugefügt. Sehe ich das jetzt? Doppelt drücken. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich hier rein will. Das wird sich jetzt wahrscheinlich sehr bald zeigen. Der Kackflo schreibt, hi, halli, hallo. Sehr schön. Also, wir sind nämlich tatsächlich auch wieder live, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ja. So, wir wollen mal schauen. Wir haben hier ein bisschen Munition. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Hm, schön. Vier Pistolenmunition. Also, Munition ist wirklich eins der besten Dinge, die man hier haben kann, glaube ich. Gibt fast nichts Schöneres. Aber irgendwie auch hier wieder etwas... Oh, was haben wir hier? Sicherung. Oh ne, wie viele Komponenten gibt es denn noch? Eine kleine Sicherung aus einem elektrischen Verteiler. Leider ist es nicht möglich, defekte Verteilerkästen damit zu reparieren. Ja, was bringt es denn dann überhaupt? Naja. Es können auf jeden Fall nützliche Gegenstände hergestellt werden. Ja, die würde ich auch gerne mal herstellen. Nützliche Gegenstände kann ich immer gebrauchen. Die sind nämlich meist sehr nützlich. Was haben wir hier? Eine Imbusschlüssel. Eine Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost an den Enden als Schläger nicht unbedingt geeignet. Außerdem hast du ja Schusswaffen. Alter, wie viele Komponenten gibt es denn da? Hm. Kann man die irgendwie in Einzelteile umwandeln oder braucht man die dann tatsächlich für spezielle Sachen? Ich weiß es noch nicht. Naja. Ja, hier ducken. Und dann... Ah, hier haben wir eine Werkstatt. Da können wir jetzt Munition machen. Das kommt uns also sehr gelegen eigentlich. Oh, und hier haben wir noch Waffenteile. Da können wir unsere Waffe noch verbessern. Okay, dann wollen wir mal basteln. Ach, da waren noch mehr Waffenteile. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir da alles machen können. Erstmal Herstellung. Ein bisschen... Ja, okay. Wir haben nicht mehr arg zu viel. Frei. Maximal sechs. Gut, dann machen wir die sechsmal. Dann sind wir zumindest wieder bei zehn Munitionen. Wir können ja mittlerweile mehr tragen, aber wir verschießen die leider zu schnell. So, dann wollen wir mal nachladen. So. Und dann schauen wir mal, ob wir die Waffe noch verbessern können. So. Magazin, Größe, Feuerrate, Nachhaltzeit, Feuer, Kraft. Hm. Fürchte, das braucht zu viel, oder? Ah, es geht gerade noch. 100 Waffenteile, oder? Wie viel braucht denn das? Sollte aber noch gehen. Ja. Und was brauchen wir hierfür? Stufe 2 Verbesserung. Das müssen wir vielleicht irgendwo skillen. Ich weiß es nicht. Okay. Na gut. Wir machen erstmal unsere Pistole noch ein bisschen besser. Aktuell bleibt jetzt nicht viel anderes übrig. Und dann gehen wir hier wieder raus. Auch das hat sich wieder gelohnt. Hallo. Oh. Hier war auch ein Mobius-Typ, glaube ich. Auch dem geht es nicht mehr allzu gut. So. Dann gehen wir mal raus. Und schauen wir mal, wohin uns der Weg führt. Ist das Signal noch da? Scheinbar nicht. Wie sehe ich jetzt? Auch da ist ein Signal noch. Das ist wieder die Mädchenstimme. Gut. Wenn wir nichts anderes haben, dann folgen wir der einfach mal. In die Richtung. Was steht da? To tread the truck. Keine Ahnung. Oh. Was haben wir da? Axt. Ich verstecke mich mal lieber. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt irgendwie nicht so auf Konfrontation aus. Der eine hat auch eine Axt. Auch da würde ich mich gerne wieder möglichst viel schleichend erledigen. Wir haben sogar mehrere in der Axt. Und das Signal ist wohl auch wieder auf Empfang. Okay. Da vorne ist noch so eine Pflanze. Da können wir dann auch später Medikits und so herstellen. Generell Gesundheit ist aber gerade oben. Wir waren ja noch Kaffee trinken. Das Gute an Kaffee ist ja, dass es die Gesundheit erhöht. Oh. Also es lohnt sich wirklich überall reinzuschauen. Auch hier noch ein bisschen lecker Gehirnsuppe. Grünes Gel. Immer wieder gut. Den Gehirnextrakt. Muss man immer mitnehmen. Also sicher dein Gehirn. Das ist sicher so gut. Oh. Was kann ich hier machen? Oh. Hupen. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll. Ich hupe jetzt hier nicht. Ich glaube, das ist eher eine schlechte Idee. Ich hoffe, wir haben irgendwo einen Zwischenspeicherpunkt gesetzt bekommen. Das würde mich doch zunehmend beruhigen. Oh. Oh nein. Oh nein. Ja. Er sagt das schon richtig. Renn einfach nur. Renn, 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 renn. Die haben nämlich viele Äxte dabei und so weiter. Gegen die alle zusammen wird es echt schwer. So, ich verstecke mich mal mitten im Busch. Ich hoffe mal sehr, uns folgt hier niemand. Aber ich kann hier halt nichts entdecken. Also nichts erkennen. Ich habe auch immer noch die Taschenlampe an, ne? Ich mache die mal aus. Dann sehen uns die Leute wahrscheinlich nicht so schnell. Ich weiß nicht, wenn man so immer mit einer angeschaltenen Taschenlampe rumläuft, dann wird man vielleicht auch schneller mal entdeckt. So, was können wir hier mitmachen? Ah, ne, doch. Was ist das? Oh, wir können den Müll durchsuchen. Sehr gut. Sehr schön. So wie die Rentner im Park. Nein, Schatz. Ja, noch eine Axt. Also die Axt gerade eben hat uns auch das Leben gerettet. Muss man einfach mal sagen. Von dem her, dass wir jetzt noch eine Axt bekommen, finde ich sehr nett. Da oben, da müssen wir noch hin. So, hochklettern. Hochklettern. Schleichen. Hallo. Schleichen. Hm. Munition erstmal. Ja. Nimm sie alle mit. Alle. Drei Pistolen Munition. Naja, man nimmt, was man kriegen kann. Da war noch mehr. Ah, jetzt war nur das Klettern, oder? Ja, da ist ein Klettern. Das war's. Schade. Mehr hat er leider nicht dabei. Da habe ja selbst ich mehr Munition dabei. Okay, die sind da alle auf diesem Gelände. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich sehr offen aufgebaut. Der Vorgänger war nicht so offen. Also, äh, ja. Gut, nochmal ein bisschen Gehirnextrakt mitnehmen. Das tut doch immer gut. Das machen wir doch gerne. Und da vorne haben wir einen Kollegen. Ja. Wir haben ja leider sehr viele Kollegen. Das ist ein Problem. Und auch hier, wir müssen wieder abpassen. Also, wir müssen wieder anschauen, wie die genau laufen, beziehungsweise... Nein, nicht das. Ich würde gerne lieber eine Flasche werfen. Nur wohin? Eine berechtigte Frage. Okay, der hat's gehört, ja. Ich hoffe, wir können den schleichend auslöschen. Hat er uns schon entdeckt. Im Notfall können wir ihm die Axt reinschlagen. Aber, ich glaube nicht. Man darf auch nicht zu voreilig agieren. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist okay. Alles ist gut. Wir nehmen gerade noch eine Flasche auf. Wir nehmen alle Flaschen, die wir kriegen können. Hier haben wir jetzt eine gute Position eigentlich, um den auszulöschen. Muss ich nur noch die richtige Gelegenheit bieten. Jetzt zum Beispiel. Hoffe ich. Wenn er sich jetzt umdreht, haben wir ein übles Problem. Den haben wir. Okay, wir haben ihn. Damit haben wir jetzt, glaube ich, auch... Ah, nee, wir haben sogar noch eine Axt. Ha, wir haben schon mehr Axt, als wir brauchen. Ja, schlagen wir den Schädel ein. Da kommt aber leider noch einer. Verdammt. Ich habe noch überlegt, die Axt zu nehmen. Aber da bin ich jetzt nicht mehr zugekommen. Komm schon. Renn einfach weiter. Mann. Braucht immer so lange, um seine Ausdauer zu regenerieren. Okay, aber sie lassen so ein bisschen nach. Mann, die müssen sich auch immer so bewegen. Da kann man sie so schlecht treffen. Ah, auch das war wieder gnadenlos schlecht. Also ich bin fast schleichend tatsächlich noch besser, als die im Schießen. Und die bewegen sich auch immer so ein bisschen... Ja, man kann sich nicht so recht einschätzen. Wie wird er sich jetzt bewegen? Du musst bei den Dingern besser aufpassen. Ja. Das glaube ich aber auch. Da hast du sicher recht. Da hast du sicher recht. Wie gesagt, also wir müssen vorsichtig vorgehen. Wir dürfen nicht in irgendeine falsche Hektik verfallen. Das kann schnell tödlich enden. Jetzt zuletzt hatten wir da auch viel Glück dabei nochmal. Das hätte jetzt zum Teil auch anders enden können. Okay, die hat jetzt quasi die Position von dem anderen übernommen. Glaub ich. Okay. Dass sie da lang geht, hätte ich gar nicht erwartet. Hm. Wohin geht die? Was hat sie vor? Da muss ich auch aufpassen, weil der kann sie auch noch sehen. Wobei, der ist ein bisschen weiter weg. Über die ist jetzt eben ja auch irgendwo ganz anders hingerannt. Ich versuche mal an die Axt zu kommen. Nein, die ist kaputt. Da vorne ist die ganze Axt. Die Axt, die noch in Funktion ist. Ja. Und den Saft nehmen wir auch gerade mal mit. Wenn wir schon dabei sind. Da vorne haben wir noch einen Kollegen. Alter, ich weiß nicht, woher die jetzt kamen, aber sie haben uns auf jeden Fall bemerkt. Oh, je. Alter, ich wusste nicht, dass sie die Axt auch so werfen können. Und der hat gerade noch einen in der Tasche. Natürlich. Okay, die hätten wir. Axt. Ich muss die eigentlich am Kopf treffen, aber die bewegen sich immer so. Ah. Ich brauche hier noch Zielübungen, glaube ich. Also, ich verballere noch viel zu viel. Wir haben leider auch selten Munition dabei. Naja. Aber wenigstens sind wir da erstmal durchgekommen. Wir haben zu viele Äxte. Haha, lustig. Aber dass ich die Axt werfen kann, das hätte ich nicht erwartet. Es fehlt uns tatsächlich ein bisschen Leben, deswegen. Naja. Okay, was haben wir hier? Ölfass umtreten. Okay, dann verbreitet sich Öl. Wenn wir da noch irgendwie das anzünden könnten, hätte man eine super Falle. So, ich gucke mal, ob wir da oben noch irgendwas haben. Sind das die, die kann man nicht zerstören. Aber wir haben hier Munition. Sehr gut. Drei Pistolen Munition. Und noch irgendeine Leiche, die wir aber nicht plündern können, leider. Naja. Gut. Wir gehen weiter voran. Da war da noch irgendwas. Manchmal denke ich, ich sehe irgendwelche Dinge, die aber gar nicht da sind. Ich glaube, ich halluziniere. So, was haben wir denn hier? Waffenteile. Und ich höre noch einen Kollegen. Ich sehe ihn gerade nicht. Das glaube ich auf einem anderen Gelände. Das dürfte dann nicht so schnell rüberkommen, eigentlich. Hallo? Wo seid ihr? Man fühlt sich gleich sicher, wenn man zumindest weiß, wo sie ungefähr... Ah, da oben. Das ist schon mal ein Kollege. Okay, ich habe auch keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, so vom ungefähren Weg. Leider konnte er ein Treffer erlanden. Leider konnte er ein Treffer landen. Nächstes Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Ja, das stimmt. Wir müssen natürlich auch bei Zeiten dann wieder zurück zur Kaffeemaschine. Da müssen wir nicht so viele Medikits verbrauchen. Wir hatten hier doch noch irgendwo eine Axt rumliegen, die wir nicht aufnehmen konnten. Wo war die da vorne? Weil die nehme ich jetzt mal auf. So, danke. Ja, die Axten können einem nämlich wirklich das Leben retten. So, aber die Frage ist, wo sollen wir überhaupt leiden? Ja, genau da. Genau mitten rein in das komische Gebiet. Hm. Okay, hier sieht es erstmal etwas ruhiger aus. Vielleicht haben wir also in der nächsten Folge mehr Glück. Ich glaube zwar nicht, aber gut, vielleicht auch doch. Wer weiß. Vielleicht schlagen wir uns plötzlich super gut. Ich treffe jeden Schuss sofort in den Kopf und wir kommen perfekt durch. Ja, genau. Träumen wir weiter. Aber gut. Genau. Also, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Erstmal kann man hier jetzt nach vorne. Ja. Das ist sehr gut. Damit können wir uns... Ne. Ah ne. Ich dachte, das wäre Schießpulver. Es ist aber Rauchpulver. Auch eine wichtige Komponente. Na gut, bevor wir uns die ganze Deckung hier zerstören, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Und genau. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part. Und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.